Wir erleben das Leben durch unsere Augen. Die feuchte Makuladegeneration kann das gefährden. Bei verzerrtem Sehen, Farbverlust oder einem dunklen Fleck. Handeln Sie jetzt. Sprechen Sie mit Ihrem Augenarzt und besuchen Sie meinaugenlicht.de Testen Sie sich. Verdecken Sie ein Auge. Erscheint ein dunkler Fleck? Dann das andere. Sehen Sie verzerrt? Sprechen Sie jetzt mit Ihrem Augenarzt. Sprechen Sie mit Ihrem Augenarzt.